Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Star Wars Battlefront. Heute mit Überleben auf The Last im lokalen Koop-Modus. Heute mal nicht vorher schafft. Erstmal kurz sind Singleplayer bzw. lokaler Multiplayer getestet. Testen werden wir jetzt hier mit der Nick 2003. Er kann jetzt, sagt jetzt aber hier nichts, weil Baum. Ich werde natürlich entweder ich nehme die DR-44 oder ich nehme die EE3. Ich glaube, die werde ich nehmen. Einer von uns wird wieder hier den Ionentorpedo nehmen müssen und der andere das Cycler-Gewehr. Cycler-Riffle heißt, glaube ich, auf Englisch. Ich weiß aber auch nicht. Gute Arbeit bei der Bergung der Pläne. Wir kommen, um sie abzuholen. Aber bis zu unserer Ankunft müssen sie die Imperial-Truppen abwehren, die sich ihrer Position nähern. Viel Glück. So, da bin ich wieder. Ähm, wir werden jetzt hier versuchen auf normal, ähm, wie gesagt, die letzte Folge. Ah, da ist der Doide. Der ist schon fast down. Zwei Doiden. Der ist weg. Komm. Ja, schade. Gut gemacht. Das war jetzt weniger schwer. Mal schauen, ob wir es komplett schaffen. Ich würde sagen, so bis acht kommen wir schon locker. Natürlich sollten wir versuchen, hier alle Leben zu holen. Schauen wir mal, ob hier irgendwo Leben sind. Unsere Scanner zeigen eine weitere Welle an. Alarm! Diese Schocktruppen haben schwerer Wasser. Aber du hörst ja das gar nicht. Das stimmt. Alle Mann auf Gefechtsstation. Da kommen sie wieder. Natürlich hart für ihn, aber weil er so ein Battlefront raus ist, knackt das ja so. So. Das kriegen wir schon hin. Die Tipps. Boah. Ich hab nur noch zwei HP. Zwei HP. Zwei HP. Zwei HP. Komm, lad dich auf. Ja. Wenn du keine HP mehr hast, komm. Sehr gut. Versorgungskapsel abgelaufen. Natürlich jetzt ärgerlich, dass du das jetzt nicht hörst, aber... Die erste Kapsel ist gelandet. Rückt zu ihr vor und sichert sie. Auch nicht so schlimm. Ja. Wie geht es denn ohne Ton, oder? Teiljäger, wer geht? Ich? So. Wo sind sie denn? Ja, wir haben es dann auch irgendwie verstanden. Wo sind sie denn? Da. Ach du Scheiße. Drei. Das dauert ein bisschen, bis ich die hab. So, wo sind sie denn? Da. Boah, die fliegen nicht so easy. Boah, die holen mich hier weg. Das heißt, ich muss... Ah, Scheiße. Ich wollte gerade raus. Das war jetzt eine tödliche Kiste. Ich muss direkt mal wieder eins investieren. Die Perialltower haben die Oberrachter, aber noch können sie das Blot wenden. Das Dalton number... Da sind sie, komm. Ah, schade. Da sind sie. Ah, schade. Moment. Ja, vielleicht funktioniert das sogar. Ja, eingeholt. Es ist nur noch zwei. Ich sehe hier aber nur einen Falter. Ja, schön. Wo ist der nächste? Ja, da, da ist er. Krass. Es hat funktioniert. Doch, ich habe ihn nicht geholt. Wirklich? Achso. Ja. Dann holt er das Leben. Wo sind sie denn? Scheiß-Truide, ich hole den Runden. Warte, du hast keine HP mehr, du hast keine HP mehr. Es sind diese scheiß Schocktrupper. Die hier, die Scheiße. Ich kriege aber auch ganz schön ein Gericht. Aber ich bin auch fast down. Scheiß Schocktrupper. Scheiße, das schaffen wir nicht. Scheiße. Magma-Truppler. Magma-Truppler. Soll ich, soll ich, soll ich mich spawnen? Warte, bis du dich auf... Soll ich mich... Ja, das ist der Droid. Ich spawne mich. Ich hab mich genau im richtigen Moment gespawnt. Das wird... Ob wir das jetzt echt so weit knacken, weiß ich nicht. Dann wird's halt eine kurze Runde. Aber... Wie gesagt, das ist es auch. So. Toide zerstört. Wo sind sie? Da. Noch ein Droid. Scheiße. Das wird eine ganz, ganz enge Nummer. Okay, damit sollte das eigentlich gegessen sein. Oh nein, das ist noch ein Schocktrucker. Schocktrucker. Äh. So. Das war aber knapp. Wenn wir jetzt eine Versorgungskapsel kriegen, wäre das gar nicht mal schlecht. Und die bringen uns nichts. Wichtiger Versuch... Ah, hier sind Power-Ups. Fahrzeug-Geschütze ist ganz gut. Stehen Sie die Köpfe ein. Die imperiale Scharfschütze. Ernährungsbombe habe ich auch. Da ist ein Scharfschütze. Ich hab hier erstmal Massen weggeholt an den Spielern. Intelligente Rakete habe ich. Wenn da eine Gruppe ist, dann lass sie... Wo ist der Scharfschütze? Wo ist der Scharfschütze? Da. Wo ist der Scharfschütze? Ich seh den nicht. Ach. Wirklich dieser lächerliche Druide. Und ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg diesen Druiden nicht. Das wäre traurig, wenn ich jetzt da angehen würde. Wo ist denn dieser Scheiß-Druide? Ich seh den nicht. Wenn du ihn holst. Ja, gut. Falls du ein HP siehst... Sehr schön. Dings. Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Was? Das sieht aber gar nicht anders an, der gehört. Imperiale Einheiten! Gleich in Reichweite! Der Reich ist in ihrer Zone! Ach du Scheiße, ATS-T. Weil du hast den eigenen... Du hast deinen eigenen... Abgenascht, ne? Das war ein bisschen dein... Ich hol die Versorgungskapsel. Wir haben die Kapsel. Soll ich in den Turbolaser gehen? Vielleicht kann ich den ATS-T besiegen. Wo ist er denn? Wo ist er? Da. Zwei ATS-T's. Wir warten euch tot! Warte. Oha, pfandbuch! Das ist der TIE-Fighter. Oh, du Scheiße. Das wird nicht easy. Nö, noch nicht. Kannst immer noch nehmen kommen. Vielleicht ist es nicht schlaffig. Warte mal, dann muss ich versuchen, den TIE-Fighter... Ah, Scheiße. Warte, jetzt erstmal die... Diesen... Den Typen hängen da in der Zone herum, aber... Fünf noch. Ach, ja, da sind sie schon. Was, da haben die auch zerstört? Acht, jetzt kann ich die TIE-Fighter nicht besiegen. Jetzt habe ich keine andere Chance als... Ach, Scheiße. Das wird eine schwere Kiste. Gar nicht. Ich muss warten, bis die wieder gespawnt werden. Ich muss nicht um den ATS-T. Boah. Ja, ist egal. Ob ich die Kapsel jetzt verloren habe, oder nicht. Das mache ich im Endeffekt... Jetzt kann ich mich erstmal aufladen. Komm, jetzt lad dich auf. Ja, stimmt. Das ist Ladschung. Das wäre immer noch viel zu viele Leben. Das dauert. Und wenn der andere kommt, habe ich jetzt hier richtig viel Tief. Ja. Och, komm. Na, komm. Ja. Du musst versuchen mit dem... Ion-Torpedo... Äh... Du musst den mit dem Ion-Torpedo kommen. Ich verliere es gleich. Gut. Ich verliere es aber HP. Pace doch. Pass auf, wenn du... Dummy Okay, damit ist die Folge beendet Mit dieser sehr guten Musik Beenden wir diese Folge Und ich sage danke fürs Zuschauen Und auch danke für das Aufnehmen von Der Nick 2003 Beziehungsweise Fußball Nick Und bis zur nächsten Folge von SWBF oder Star Wars Battlefront Bis dann weiter SWBF